Musik Hanja! Attacken! Quintus führt eine Armee in die Schlacht bei Troja. Als sie die Gegner besiegt haben, schlachtet Quintus zur Feier des Tages das heilige Schwein. Als der Götterschef Zeus von Quintus' Tat erfährt, wird er zornig und verbannt Quintus in die Zukunft. Warum hast du das heilige Schwein getötet? Äh, ich... ich... Ab mit dir in die Zukunft! Nein! Wo bin ich hier denn gelandet? Das sieht ja so seltsam aus. Wer bist du? Ich bin Quintus, ein einfacher Soldat, der von dem Götterschef Zeus in die Zukunft verbannt wurde. Ich bin ein Wissenschaftler und ich bastel gerade an einer Zeitmaschine. Vielleicht kannst du ja damit in die Vergangenheit zurückgreifen. Setz dich in die Maschine, wir können es vielleicht versuchen. So ein Mist, wir können es ja gleich wieder versuchen. Okay, dann gehe ich mal wieder da rein. Okay, psft게 zu modulation. Z کہten uns in die Folge . Bis zum nächsten Mal. Zêf. Zähn. Guten Flug. Quintus, was machst du denn hier? Ich habe dich doch in die Zukunft verbannt. Ein genialer Wissenschaftler hat mir geholfen, wieder hierher zurückzukehren. Es tut mir leid, so ist es. Ich werde nie wieder ein Verbrechen begehen. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich.